Tag Nerds! Hier ist wieder euer Mindstalker, der Nerd von nebenan. In der heutigen Folge 35 spreche ich über die Mass Effect Legendary Edition, Synchronisation, Mortal Kombat 2021 und die Empfehlung der Woche ist heute etwas Nostalgisches. Los geht's! Ah, Leute, ich bin gehypt. Mass Effect ist wieder da. Vor kurzem bin ich drüber gestolpert. Die Mass Effect Legendary Edition wurde angekündigt, was sehr witzig ist, weil ich erst vor kurzem überlegt habe, mal wieder die Reihe anzuspielen. Und ja, gut, dass ich es nicht gemacht habe, denn jetzt warte ich einfach noch ein bisschen und dann wird die Legendary Edition gezockt. Oh, holy fuck, ich freue mich drauf. Das Ganze wird kein neuer Teil der Reihe, sondern die Legendary Edition kann gesehen werden als Remastered Version. Die erscheint am 14. Mai 2021 nach aktuellem Plan und ich freue mich total drauf. Ich liebe die Mass Effect Reihe. Gerade der zweite Teil hat es mir angetan und ich bin sehr, 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 sehr gespannt auf die Änderungen, die sie dort raushauen. Es soll ja nicht nur technisch angepasst werden, das Ganze, sondern auch das ein oder andere Story-Element überarbeitet werden. Da bin ich sehr gespannt, weil das kann natürlich ganz cool sein, weil es schon so ein paar holprige Ecken in der Story gibt. Ich hoffe einfach, dass sie da nicht so ein paar meiner Favorites umändern irgendwie. Deswegen bin ich noch ein bisschen zwiegespalten, was diese Story-Element-Änderungen angeht, aber ich denke mal, dass sie sich da einfach so ein bisschen der Kritik der Community stellen und da an nötigen Schräubchen etwas drehen und nicht das Grundkonzept ändern. Das wäre ja auch Quatsch. Wäre ja auch viel zu viel Arbeit für ein Remastered. Was ich noch gelesen habe, die Bosskämpfe sollen überarbeitet worden sein oder überarbeitet werden. Da bin ich nicht so ganz sicher, was das heißt. Das heißt, die Bosskämpfe sollen wohl effektiver sein. Das heißt also, keine Ahnung, sind sie dann schwerer? Sollen sie von der Art der Delivery einfach ein bisschen mehr Impact auf den Spieler haben, also ein bisschen mehr Einfluss nehmen auf das Gefühl beim Spielen? Sollen sie ein bisschen wuchtiger wirken, ein bisschen emotionaler? Ich weiß es nicht genau. Ich werde auch einen Teufel tun und mich da jetzt in alles reinlesen. Ich lasse mich da gerne von der einen oder anderen Änderung überraschen. Wenn man das jetzt vorher alles weiß, dann braucht man das ja auch nicht mehr spielen bei einem Spiel, das man schon kennt. Wäre ja Quatsch. Also es wäre absoluter Quatsch. Also von daher lasse ich mich da gerne überraschen. Bin aber milde skeptisch an der einen oder anderen Stelle. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge, was Teil 1 angeht. Denn Teil 1 ist mittlerweile, muss man sagen, echt nicht gut gealtert. Da war das Steuerungskonzept noch ein bisschen anders. Also das Schießen, Zielen, Spezialfähigkeiten einsetzen und so. Das war dann auch so ein bisschen holprig im Vergleich zum zweiten Teil. Der zweite Teil ist ja mein persönlicher Favorit der Reihe. Und da bin ich sehr gespannt auf die Änderungen, weil das Spiel war eigentlich so, wie es war. Perfekt für mich. Und da bin ich... Ich hoffe mal, dass sie da in dem Teil nicht so viel schrauben. Tatsächlich storytechnisch. Denn das, was ich da gespielt habe, gefällt mir eigentlich ganz gut. Und wie gesagt, das ist mein Favorit. Und ich hoffe auch, dass es mein Favorit bleibt. Ich hätte natürlich auch nichts dagegen, wenn Teil 1 und 3 ein bisschen an Reputation bei mir gewinnen. Denn die sind im Moment so ein bisschen außen vor. Der zweite Teil war einfach mega gut. Das war eines der wenigen Spiele, die ich wirklich fast am Stück weggesuchtet habe. Weil ich einfach nicht loslassen konnte, nicht ausmachen konnte. Und weil ich einfach immer wissen wollte, wie es weitergeht. Und es hat einfach so viel Spaß gemacht. Ja, ich bin, wie gesagt, sehr gespannt auf die Änderungen in Teil 2. Teil 3, muss ich sagen, war für mich oder ist für mich aktuell noch mit am wenigsten in Erinnerung. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich den Anfang irgendwie sehr merkwürdig fand. Und dass ich irgendwann dann auch gegen Ende, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich es durchgespielt habe. Aber irgendwie, so meine Erinnerung sagt mir, das war für mich immer der schwächste Teil der Reihe. Was für den abschließenden Teil natürlich ein bisschen schwierig ist. Aber, ja gut, lassen wir uns einfach mal überraschen. Denn ich bin auch dort gespannt auf die Anpassungen. Und ich denke einfach mal, also sie würden die Legendary Edition jetzt nicht raushauen, wenn sie nicht das Gefühl hätten, da irgendwie eine rundere Sache draus machen zu können. Da bin ich mir relativ sicher. Ach, je mehr ich drüber nachdenke, ich weiß nicht. Keine Ahnung, es könnte natürlich auch so ein Cash Cow Melken sein irgendwie. Ich hoffe es einfach mal nicht. Also ich hege sehr viele gute Gedanken an diese Reihe. Und bin da, ja, also es wäre echt erschütternd, wenn das so ein Griff ins Klo wäre. Ich hoffe einfach mal, dass wir da was Gutes draus machen. Und bin voller Neugier, was diese Legendary Edition angeht. Und könnte meines Erachtens nach auch definitiv ein Streamspiel werden. Solltet ihr da Interesse haben, das mal im Livestream durchgeballert zu sehen, dann lässt sich da zu gegebenen Zeitpunkten sicherlich drüber reden. Ich weiß auch noch nicht genau, ob ich es mir direkt zu Release dann kaufen werde. Wahrscheinlich werde ich erstmal so die ersten zaghaften Reviews abwarten. Ob das so ein kompletter Griff ins Klo ist oder ob man sich das durchaus mal geben kann. Ja, kommen wir nun zu Thema Nummer 2. Thema Nummer 2 ist Synchronisation heute. Und, ja, da muss ich sagen, das ist ja ein Thema, wo ich ein recht gutes Ohr für habe. Aus verschiedenen Gründen. Und, ja, ich weiß nicht. Also in letzter Zeit, ich weiß nicht, wie es euch da geht, habe ich immer öfter schlechte Stimmung wahrgenommen. So bei deutschen Trailern und auch neue Filme, die dann auf Deutsch rauskamen und so weiter. Wo ich mir denke, warum? Also die deutschen Syncros sind nach wie vor, und das behaupte ich jetzt nicht einfach so, also das ist ein Fakt, dass die weltweit ganz vorn dabei sind. Sowohl in der Beliebtheit als auch in dem, wie es qualitativ gemacht ist. Wir haben sehr, sehr gute Synchronsprecher. Was ich nicht ganz verstehen kann, ist dieser Trend, der immer mehr zu werden scheint, dass Influencer irgendwelche Synchrorollen kriegen. Ist quasi auch mehr oder weniger natürlich kostenlose Werbung, mehr oder weniger, weil die das natürlich dann auch alles nochmal in ihren Streams und Storys und so weiter präsentieren, ihre entsprechenden Rollen. Naja, kann man jetzt halten, was man will davon, aber so grundsätzlich der Synchro-Stamm, den wir haben, der ist echt mega gut. Wir haben so viele ikonische Stimmen, die man sich gar nicht mehr wegdenken kann, aus dem deutschsprachigen Synchro-Bereich. Von daher können wir da wirklich, wirklich, wirklich glücklich sein. Und das ist ja, es ist ja wirklich auf Meckern auf hohem Niveau, denn jeder kann ja, wie er will, die Original-Tonspur sich anschalten auf, Moment, bei Blu-Rays und so weiter. Und von daher denke ich mir, ach, was soll man da so einen Stress machen irgendwie? Es ist doch eine schöne Sache. Und ich finde, wenn man sich das auf Deutsch anguckt, geht das schon echt gut klar. Also was natürlich schade ist, hier und da geht in so einer Übersetzung natürlich auch mal ein Wortwitz verloren. Wobei das jetzt natürlich nichts ist, wofür die Synchronisation an sich was kann. Also da kann jetzt weder der Sprecher was dafür, noch das Tonstudio oder sonst irgendwas. Das ist dann rein ein Ding der Übersetzbarkeit. Und manche Sachen lassen sich einfach nicht gut übersetzen. Vor allen Dingen nicht dann, wenn es auch noch dann synchron sein soll. Natürlich kann man das manchmal sinngemäß übersetzen, aber dann passt das mit der Synchron nicht mehr und so weiter. Also da müssen Studios auch oftmals einen Kompromiss finden. Das geht halt nicht immer. Das ist natürlich schade und ich habe auch oft genug schon gedacht, boah, im Englischen kommt das aber irgendwie besser rüber oder im Deutschen merkt man von dem Witz gar nichts oder so. Aber das finde ich gar nicht mal so schlimm irgendwie. Das sind dann mal kurze Momente, einzelne Szenen. Solange das nichts Grundlegendes ist, was da verloren geht, ist das glaube ich nicht schlimm. Was ich viel schlimmer daran finde, ist tatsächlich, dass hier und da auch so ein bisschen von der Stimmung verloren geht. Und da weiß ich nicht genau, woran es liegt. Ist es so, dass die Studios sich dann bei den deutschen Synchrostimmen dahingehend so ein bisschen zurückhalten? Ich weiß es nicht. Das sind dann ja auch teilweise Regieanweisungen. Das muss ja auch nicht zwangsläufig die Leistung des Synchronsprechers sein. Das möchte ich an der Stelle gar nicht, ja, gar nicht vermuten. Also die arbeiten ja auch nach Regieanweisungen, wie gesagt. Und die machen das so, wie die das sollen. Aber mein Beispiel, was die Stimmung angeht, ist zum Beispiel Lost. In der deutschen Version sprechen sie ja alle hochdeutsch und haben keine wirklich starken Akzente und Dialekte. Also das hört man kaum. Und das ist sehr schade, denn im englischsprachigen Original, wenn wir zum Beispiel mal einen Charakter rauspicken, Said, als, ja, ich sag mal, als Araber, hat dann schon so ein bisschen mehr in der Stimme, so ein bisschen dieses aus dem Hals kommende, dieses leicht Kratzige beim Sprechen. Und auch grundsätzlich so dieses, ja, einfach einen starken Dialekt. Also einen starken Akzent und Dialekt in der Stimme irgendwie. Also das hört man schon gut raus im englischsprachigen. Im Deutschen ist es da aber sehr, sehr, sehr dezent. Also ich würde es als angedeutet bezeichnen irgendwie. Und das hat man natürlich nicht nur bei Lost, das gibt es auch in vielen anderen Serien und Filmen. Und das finde ich tatsächlich schon schade, wobei das die grundsätzliche Qualität der Synchronisation jetzt auch nicht in den Keller zieht. Aber manchmal geht schon so ein bisschen was vom Feeling verloren. Und das sind dann manchmal auch Sachen, wo ich dann schon mal switche und irgendwie gucke, ist es dann, oder höre vielmehr, ist es im Englischen besser, ist es da irgendwie deutlich besser von der Stimmung her. Dann gucke ich mir so ein Ding auch tatsächlich mal im Englischen lieber an. Aber ich muss sagen, ich mag deutsche Syncros. Ich mag sie wirklich sehr gerne. Vor allen Dingen, weil ich auch viele Sachen nebenbei gucke. Ein Monitor war es am Zocken, zweiter Monitor, da läuft irgendwas noch zum Gucken. Und ich gucke viele Sachen nebenbei. Und da ist es dann tatsächlich leichter für mich, das auf Deutsch zu gucken. Denn es ist einfacher zu verstehen, wenn es nebenbei läuft in der Muttersprache, ganz klar. Auch wenn man kein Problem mit der englischen Sprache hat. Und von daher tendiere ich schon eher zur deutschen Sprache, zur deutschen Synchronisation. Habe aber auch kein Problem damit, englische Sachen zu gucken. Oder ich bin da auch nicht so ein Streithammel, der dann sagt, boah, wie kannst du nur auf Deutsch gucken? Oder boah, was guckst du denn auf Englisch? Wir haben doch hier die deutsche Tonspur. Dieses ganze Gestreite, das ist irgendwie genauso wie PC und Playstation und Xbox-Streitereien irgendwie. Soll doch jeder machen, wie er mag, Leute. Bleibt cool, chillt, atmet durch die Hose, ganz entspannt irgendwie. Das ist doch, keine Ahnung. Also da Energie reinzustecken, irgendwelche Streitereien, das ist ja sowas von lame. Und vor allen Dingen sowas von Zeitverschwendung. Also wenn ihr dafür Zeit über habt, Leute, dann sucht euch vielleicht einfach mal ein Hobby. Ich finde es Quatsch. Jeder soll es machen, wie er mag. Und who cares? Natürlich, wenn man Sachen gemeinsam guckt, dann sollte man irgendwie zumindest auf einem gemeinsamen Nenner landen, sonst wird das schwierig. Das erste Drittel Englisch, das zweite Drittel Deutsch und das dritte Drittel dann auf Suaheli gucken, ist vielleicht ein bisschen schwierig dann. Aber ich denke, das ist in den seltensten Fällen ein Problem. Ja, kommen wir zu einem ganz anderen Problem, nämlich Thema Nummer 3. Thema Nummer 3 ist heute Mortal Kombat. Da gibt es einen neuen Film jetzt 2021 und ich habe mir den Trailer angeschaut und ich kann den mit einem Wort zusammenfassen. Zwiegespalten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, Leute. Habt ihr ihn schon gesehen? Es ist schwierig. Es ist schwierig. Es wirkt aus dem Trailer heraus so ein bisschen, als wenn sie die Story, also die Grundlagen dieser Mortal Kombat Welt in den Grundzügen erklären wollen nochmal. Aus dem Trailer heraus wirkt es, als wäre es ein bisschen mehr Action und ein bisschen weniger Laberei. Sie werden natürlich auch hauptsächlich die coolen Szenen da reingepackt haben, klar. Es sind ein paar sehr ikonische Moves zu sehen, die mir sehr gut gefallen. Auch die Umsetzung scheint technisch sehr gut gelungen zu sein. Da freue ich mich schon drauf. Was ich sehr merkwürdig fand, war so der Look der Charaktere. Teilweise sehr gewöhnungsbedürftig. Also wenn man den alten Raiden kennt, wird der eine oder andere vielleicht ein bisschen mit den Ohren geschlackert oder die Augenbrauen hochgezogen haben beim Anblick von Raiden im Trailer irgendwie. Das wirkte irgendwie nicht wie Raiden. Also wäre der Hut und die leuchtenden Augen nicht da gewesen, hätte ich den wahrscheinlich nicht als Raiden erkannt. Was mich auch ein bisschen skeptisch macht ist, das scheint ja quasi nochmal so die neue Erzählung zu sein. Also das scheint ja nochmal so die, ja mehr oder weniger die Story von Teil 1 zu erzählen oder so eine Alternative dazu zu sein. Also zumindest keine Fortsetzung der bisherigen Story zu sein. Sagen wir es mal so. So, was mich da irritiert ist, kein Johnny Cage. Ja, das wurde bereits bestätigt tatsächlich. Kein Johnny Cage. Und das finde ich sehr schade. Den muss man nicht mögen, aber ich finde, der gehört halt irgendwie so zum Grundcast dazu. Das ist sehr schade irgendwie. Warum sie das gemacht haben, weiß ich nicht, aber die Regisseure, die Entwickler, wie auch immer, haben das ja mittlerweile wohl auch bestätigt, habe ich gelesen. Ich habe mich da aber auch nicht zu viel eingelesen. Und ich versuche in der letzten Zeit, mich weniger vorab zu informieren, um da so ein bisschen unvoreingenommener ranzugehen. Das ist schwierig. Wenn man schon einen Trailer gesehen hat und so weiter, ja, es ist immer so eine zweischneidige Geschichte irgendwie. Man läuft Gefahr, irgendwie sich was reinzuziehen, was dann totaler Murks ist. Aber wenn man sich vorab informiert, hat man natürlich auch, ja, die Vorabinformation. Und es fallen vielleicht einfach manche Elemente schon weg. Das ist natürlich ein bisschen doof. Und ich versuche mich einfach ein bisschen weniger zu informieren, weil ich ein bisschen mehr überrascht werden will wieder. Und gerade in Zeiten von Remakes und so weiter, wenn man die Grundstory und die Grundgegebenheiten schon kennt, ist es vielleicht nicht so das Sinnvollste, sich da noch alles irgendwie anzugucken an Trailern und Pipapo. Da muss man sich aber so ein bisschen zusammenreißen. Und das fällt mir manchmal echt noch schwer. Ja, also wie gesagt, warum der Johnny Cage da raus ist, weiß ich nicht. Ein gewisser Cole wird als neuer Main-Charakter eingeführt, scheinbar irgendwie. Was der da zu suchen hat mit seinem komischen Geburtsmal, dass er schon seit seiner Geburt hat. Bla. Ja, keine Ahnung. Ich bin wirklich sehr zwiegespalten, was das Ganze eigentlich ist. Ich bin interessiert. Ich sage nicht von vornherein, das ist Murks. Aber es gab auch so das eine oder andere Element im Trailer, wie zum Beispiel den Raiden, wo ich gesagt habe, ob das passt, weiß ich nicht. Aber letzten Endes entscheidet die Stimmung. So viel zur Stimmung. Da kommt ein großer Gäner. Ja, also man darf keine tiefgründige Story, glaube ich, erwarten. Aber woher soll die auch kommen bei Mortal Kombat? Das Universum da ist zwar auch schon relativ ausgearbeitet, mittlerweile durch viele Spiele und Filme und so weiter. Aber, ja, seien wir mal ehrlich, das ist jetzt nicht so der Story-lastige Ding. Da geht es ein bisschen um die Action, um coole Effekte und das war es dann auch. Also mehr erhoffe ich mir da gar nicht. Ich möchte ein cooles Popcorn-Kino ohne große Enttäuschungen und da bin ich auch schon zufrieden damit. Wie seht ihr das Ganze? Wie seht ihr überhaupt so diese ganze Remake-Geschichte und so weiter? Das ist ja auch so ein bisschen eine schwierige Geschichte manchmal. Aber was Mortal Kombat angeht, glaube ich, kann man nicht viel falsch machen, solange es ordentlich was auf der Fresse gibt. Von daher bin ich da guter Dinge. Kommen wir nun zur Empfehlung der Woche. Und die Empfehlung der Woche ist etwas, was ich euch wirklich ans Herz legen möchte, wenn. Wenn ihr Fans der Rocket Beans, Giga-Giga-Games-Leute und so weiter seid, also der Raketen-Bohnen selbst, also Budi, Nils, Etienne und... Warum wollte ich jetzt Ralf sagen? Ralf? Hä? Simon? Was zur Hölle? Und zwar gibt es den USB-Stick Ein Abend mit Bohnen. Den hatte ich mir vorbestellt und der kam jetzt an. Und ich bin super happy. Da ist so viel geiler Scheiß drauf aus vielen, vielen Jahren. Von Kinderfotos von den Leuten bis hin zu Aufnahmen aus der Jugend und Greenscreen-Material unbearbeitet und Behind-the-Scenes-Footage und Konzeptzeichnungen, kurze Audioaufnahmen, Audioeinspieler, Videoteaser, Trailer, Sachen, die nie veröffentlicht worden sind, Konzepte und Ideen zu Sachen, die es nie so auf die Leinwand geschafft haben. Und so weiter und so fort. Ich kann es euch nur empfehlen. Der Stick ist erstmal cool designed, so eine schöne Raketenbohne, schön hochqualitativ. Da sind knapp 50 Gigabyte an Daten drauf. Ich habe gerade mal einfach so Rechtsklick-Eigenschaften gemacht auf den Ordnerungen. Es sind über 4000 Dateien, 4200 irgendwas oder so. Das sind Fotos, Videos, Skizzen, Textdokumente, Audio-Files und quer durch die Bank weg eigentlich, was man halt so auf den Stick draufpacken kann. Und wirklich aus allen Zeiten, aus der Jugend der Leute, Giga, Game One, RBTV. Und es ist wirklich eine richtig nostalgische Zeitreise mit vielen Eindrücken aus noch mehr Momenten, kann man sagen. Es ist toll. Das Ganze wird angeführt quasi von einem kompletten Bühnenprogramm mit den Vieren, das uns so ein bisschen durch diese Zeit durchführt. Aber es ist auch das ganze Material. Und die zeigen ja in der Bühne schon auch nicht alles, was auf dem Stick drauf ist. Und das ist alles einzeln guckbar. Es ist alles da absortiert. Und es ist so viel Shit. So viel Shit. Und es sind so viele krasse Erinnerungen und auch mal ganz neue Einblicke, die man so bisher noch nie hatte tatsächlich. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache für alle, die diese Jungs schon ein paar Jährchen verfolgen. Also für die Leute, die erst seit Rocket Beans TV dabei sind, ist es vielleicht ganz interessant zu sehen, was war alles so vorher eigentlich? Wie ist das eigentlich alles entstanden? Und für die Leute, die schon seit Giga und so weiter dabei sind, und für die ist es einfach eine krasse Zeitreise. Das ganze Ding kostet 29,99 Euro. Kann man jetzt drüber streiten, aber für die Menge an Erinnerungen und Sachen, und da sind teilweise so private Einblicke drin, das ist richtig, richtig toll. Also rund 30 Euro aktuell lieferbar über den Rocket Beans TV Shop. Wenn ihr da Bock drauf habt, bestellt euch das Ding. Ich kann es nur empfehlen. Und selbst wenn ihr das Ding irgendwann mal platt macht und formatiert, habt ihr da einfach einen optisch sehr coolen USB-Stick im Rocket Beans Look. Mit einer anständigen Größe. Also in diesem Sinne kann ich euch das Ganze nur empfehlen. Jetzt bewege ich mich hier und hau schon gegen meinen Tisch vor lauter Freude. Was soll ich sagen? Es ist eine tolle Sache. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist wirklich eine ganz, 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 ganz klare Empfehlung der Woche. Also eine ganz weitere Empfehlung der Woche ist auch Social Media. Ihr findet mich auf Twitter unter at dein Mindcast und auch auf Instagram unter at dein Mindcast und über Facebook über Mindcast Podcast. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da mal Kontakt aufnehmt über die Social Media Seiten. Denn mich freut es immer zu sehen und zu lesen, wie euch die Folgen gefallen haben. Was ihr vielleicht auch für Verbesserungsvorschläge habt, für Ideen in euren Köpfen herumkreisen. Und Feedback zu den Folgen könnt ihr mir auch jederzeit über meine Feedback-Seite zukommen lassen auf mindcast.letscast.fm. Ich freue mich auf jeden Kontakt über jede dieser Seiten. Und ja, das war sie auch schon wieder. Eure Dosis Mindcast für heute. Ich bin Mindstalker, der Nerd von nebenan. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Lebt lang und in Frieden. Die Mindcast ist hier zu saveen your day. Games, movies und mehr. Für geeks und nerds. Ihr favorite podcast ever. Die Mindstalker ist auf seine Weg. Die Mindcast ist hier zu saveen your day. Die Mindstalker ist auf seine Weg. Talking about things the Mindcast way. Die Mindstalker ist auf seine Weg.